Hallo Geburtböckchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Skyblog, ja, mit mir den Blacker LP, dem Werten Zeichef, der ist nicht mehr da, und der süßen Engelchen. Hallo, Kaka, warst du jetzt irritiert, dass ich so schnell wieder die Folge gestartet hab? Ja, wenn ich gleich ausmachen wollte, wenn ich gleich ausmachen wollte, ist eh dann die letzte Folge, definitiv. Kaka, du bist auch Kaka, Kaka ist unten und versucht immer zu kämpfen, deine Mama ist Kaka, warum du kämpfst doch? So, jetzt fehlt mir nur noch, es könnte mal ruhig aufhören zu regnen. Oh, ich hab keinen Piggy mehr. Oh, na super. So, ich wollte jetzt mal kurz gucken wegen meiner Farben. Du wolltest mal gucken, dass du mich hier wegkriegst. Das sind Kürbis, das ist Melona. Kürbisch, möchtest du eine Piggyx haben? Was? Möchtest du eine Piggyx haben? Nö, ich will hier weg. Ja, musst du einfach die Löcher da... Mach mal ein Loch da frei, Schatz. Einfach ein Loch da reinhauen in die Wand. Oder einfach gar nichts, weil ich buddel mich hier oben wieder ein. Das heißt, einer muss mich hier oben rausholen. Ja gut, dann komm ich kämpfen. Ah, ich guck direkt in die Augen von so einer Scheißspinne, Alter. Aha. Super. Bring ihn doch einfach um. Das wäre langweilig. Let it make boom. Boom. Boom, hat's gemacht. Boom, hat's gemacht. Boom, hat's gemacht. Aber das ist nicht... Da voll, Alter, da hat's geregnet an Mops. Ich kann dich da nicht rausholen, Alter. Also ich bin oben am Dach. Da, du dreckiger Bastard, Alter. Du dreckiger, homosexuelle Missgeburt, Alter. Hurensohn. Hurensohn. Scheiße. Wichser, ey. Weißt du, ich hier am Weiterbauen, ich schön am fliegen. Ja, ich hatte sechs Piggis gehabt. Ich wollte die gerade wegbringen. Und dann kommt aber ein Zombie, bevor ich da weg kann, und schubst mich runter. Schweinehund. Hey, das Hotel. Ja super, es regnet. Ja super, ich bin abgestürzt. Ich sehe gerade, Light, 15, Klammer auf, 15, Sky, Komma, Null Block. Klammer zu. Ist der ganze Weg frei? An der Tür? Weiß ich nicht, ich bin eingebuddelt. Nach oben hin kann ich. Aber ich habe hier oben einen Skeleton. Und ich wollte nicht unbedingt deine ganzen Sachen verlieren. Ja, ich habe nämlich nur noch ein Herz. Und da liegen mordsmäßig Mops-Zeug. Jen hat das meiste Leben, geh mal mit nachgucken. Wohin? Ich bin tot. Ja, war mir klar. Egal. Na gut. Ich schnapp mir jetzt eben ein Schwert und lauf schnell los. Vielleicht liegen die Sachen da noch. Aber hier liegen die Sachen schon mal, das ist gut. Ey, was nervt mich jetzt? Sag tot. Änder-Perle! Änder-Perle! Hab sie, hab sie! Auch, man, ey, ey, ey. Diese Wichser, ja! Ich darf jetzt nur nicht mehr sterben. Unten ist alles clear. Schön. Ich hab aber keine Pickaxe. Und zurück kannst du anscheinend auch nicht. Es hat aufgehört. Es hat aufgehört zu regnen. Ja, warte, ich schlag eben den Ding weg. Einen Block weg. Hier oben ist aber auch ein Skeleton, ne? Ja, ja, ich komme. Ich hab noch ein bisschen Leben auf dem Schwert. Och, was wollen die denn alle von mir? Also bis zu mir ist der Turm gecleart. Ey. Okay, hier oben ist auch alles clear. Sehe ich gerade, weil es schneit jetzt die Sonne. Hör, 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 hör. Okay, alles clear, alles clear, alles clear, alles clear, alles clear, alles clear. Alles clear. Machst du das gerade mit der Hand? Ja. Komm. Schnell, dann können wir dich wenigstens alle Sachen wegbringen. Bevor ihr die nächsten Sachen spawnen. Ja, die nächsten Sachen sind schon hier alle gespawnt, alter. Och, hör doch auf, mich abzuschießen, du dreckiger Homo, alter. Geht denn mal dir? Och, verpiss dich doch. Ich hab'n Bogen. Seriously, ich hab'n Bogen. Meiner. Geilo, Geilo. Ähm, braucht ihr Pikis? Eigentlich ja. So, und dann haben wir auch... Ähm, wachsen ja. So, super, die Kakteen wachsen auch. Ähm. Ja, Pikis brauchen wir immer noch. Ja, dann komm her. An die Kiste hier. Äh, und Kobbels brauch ich auch. Ähm, warum hast du das Feld überall so gemacht? Hä? Mit der Hacke. Überall? Damit, äh, einfach überall. Ist doch kackegal. Geil, ne? So, ich hab' jetzt zwei Pikis. Jetzt kann ich hier eben den Weg ordentlich bauen. Ich wollt grad sagen, kannst mir ja kurz eine geben. Dann mach ich eben kurz oben das Ding wieder ab. Ich hab' gesehen, wie viele Pikis wir jetzt haben. Oh, willst du eine Spinne? Wieso? Da oben ist noch eine. Wo da oben? Guck nach oben links. Guck den Turm hoch. Oh, geil. Habt ihr's nicht gesehen? Was? Wie viele Pikis wir jetzt haben? Doch, hab' ich. Sehst du aus, als hätte ich drauf geachtet? Ich hab' doch noch Pikis. Warum rennst du denn jetzt zurück? Ja, weil du grad schon da hinten warst, hab' ich gedacht, du rennst jetzt hoch. Nö. War mir klar. Und dann gibt's kein Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Das sieht scheiße aus. Wenn man die zumacht. Was versuchst du da? Die die Sachen zuzuschmeißen. Was soll ich damit? Nimmst du mit? Ich bin rum fertig. Ach. Ich muss nur noch die drei Steinchen abbasteln. Aber trotzdem, guck dir mal die Türen an, sieht das nicht scheiße aus. Eigentlich in Ordnung. Ja, ich hab' verstanden, was du meinst. Gut. Falsche Seite. So, besser. Ah, ja. War doch richtige Seite. Scheiße. Seh' ich. Ich brenn' erst mal ein bisschen Holz. Ich mach' uns jetzt mal einfach ganz easy peasy 32 mal Kohle. Kannst auch ruhig 64 mal Kohle machen. Ne, äh, ich verbrat' dann schon ein 64er Stack. Ja, verbrat' halt zwei. So, Kakteen haben wir jetzt auch nochmal wieder drei extra. Na, die Kartoffel, die kann ich noch ansetzen. Hier bellt irgend so eine scheiß Kröle. Ja. Dennis, mein Mund zu. Arschloch. Gerne. Willst du Besuch haben? Wieso? Weil ich jetzt gleich hier durchrenne. Ach, weißt du was? Äh, da hinten ist schon wieder ein Creeper. Jaja, ich hab' jetzt... Hab' ich gespürt. Ich mach' hier jetzt grad Fackeln. Toll, jetzt kann ich wieder nie laufen. Jetzt kommt der schon wieder zu mir hier, der Wichser. Ach, geht doch alle weg. Ich möchte doch einfach nur kurz Cobblestone holen, ja? Okay? Danke. Zu viel verlangt. Ja, danke. Alter. Hohoho, Glück gehabt. Hohoho, Glück gehabt. Komm her, du scheiß Creeper. Ich hab' jetzt grad' ein paar Cobblestones mit, aber das ist ja egal. Ein paar ist vielleicht das falsche Wort. Alle? Drei, vierundsechziger mit gehabt. Arsch. Aber ich war rechtzeitig an der Kiste. Gott sei Dank. Jetzt ist hier ein bisschen besser ausgeleuchtet. Bringt trotzdem nichts wegen dem Wasser. Oh, wir haben einen Villager. Einen Villager. Das ist ein Gollum. Ja, ein Gollum. Ich sterbe. Der könnte Eisen droppen. Schlimm, wenn er runterfliegt, der Skelett. Der Skelett ist scheißegal. Hauptsache Gollum nicht. Hatte vorhin auch was. Gollum darf nicht runterfallen. Wenn Gollum wirklich Eisen droppt. Was hat er gedroppt? Nix. Scheiße. Gut. Du hast den Setzring. So, hier dürfte jetzt eigentlich nix mehr spawnen. Hast du noch ne Fackel? Ne, ich hab' alle verbraten, die wir hier hatten. Aber ich hab' ordentlich reingepappt. Hier sind nochmal zehn Kohle drin, hallo? Da kriegst du nochmal 40 Fackeln mit raus. Falsch. So, mir fehlt jetzt aber noch... Haben wir kein... Da ist nix. Weißt du, weißt du was? So, dann hab' ich mein... Mach direkt alle. Dann hab' ich meinen Zoll erfüllt mit den Kürbissen. Dann hab' ich ne reine... Eins, zwei, drei, vier. So, ich hab' jetzt alles nur noch... Ich hab' jetzt meine... Die Kürbisfarm ist fertig. Dir fehlt nochmal einmal Melone. Mach den eine Melone, die du da hast, mach die zu nem Kern, dann hast du auch die Melonenfarm fertig. Haben wir keine Erde mehr? Muss ich echt Stein nehmen? Wofür? Das Ding hier in die Mitte setzen. Weiß ich nicht. Ich schreibe jetzt definitiv meine... Kürbis... Kürbis... Fünf, äh, sechs und sieben sind nochmal Farmen. Zehn machen sie 64 Steinziegel. An die häng' ich mich jetzt dran. Steinziegel. Steinziegel, dafür brauch' ich erstens Kohle. Und Bruchstein. Keine Kohle da. Alter, ich brauch' Kohle! Wie viel? Einer? Für den 64er brauch' ich acht Kohle. Okay, krieg's neun. Warte, dann hol' ich mir nochmal eben acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sechs, acht. Dann mach' ich nochmal einen weiteren Ofen. Dann mach' ich mir nämlich grad' mal Clean Stones, weil die brauchen wir ja schließlich dafür. Hm. Äh, du weißt, dass du das in der Mitte hättest nicht machen müssen. Da war's noch so... Spawnen nicht im Wasser. Das muss ein fester Block sein. Damit sie ne Spawnrate haben. Echt, das war dunkel. Äh, oh geil, wir haben wieder... ...fünfzehnmal Rotten Flash. Tja, passiert. Stein, soll ich dir Licht machen? Ja. Wisst ihr, das Prozedere, das machen wir ja extra, damit wir hier ne Versicherung haben. Und um überhaupt an das ganze Leder ranzukommen, müssen wir ja hier kämpfen. Leder wird überbewertet, ich seh' nichts mehr. So, das heißt, das Plateau hab' ich auch fertig. Ja, aber hier unten müssen noch mega viele Fackeln gesetzt werden. Theoretisch ist das Plateau fertig. Ja, das Plateau ist fertig, aber hier unten müssen noch mega viele Fackeln gesetzt werden. Kannst du noch Fackeln machen? Ich hab' noch ein 14 Minutes. Ja, dann komm mal her, dann setzen wir hier noch die Fackeln. Da sind halt zu viele Gegner gerade. Ich bin noch am Kämpfen. Die brauchen wir nicht. Michelle lässt das Licht werden. Tja, normal. Das war jetzt zwar kein Dorf, aber egal. Scheiße, 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 ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Mal gucken wollen, ne? Ja, ja. Ich hatte einen Enderman da. Gehabt. Der hat aber nichts gedroppt. Der hat mich ja fast getötet. Mit der Spinne dann im Zusammenhang. So, zack, 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 zack. Weil wenn wir nämlich endlich Tiere haben, dann wär's nämlich echt super. Bist du gerade da hinten? Nein, bin ich nicht mehr. Eintritt und ich bin auch down. Warte, die haben dich doch jetzt wahrscheinlich im Visier. Ich wusste gar nicht, dass du so komische Türen hast. Yay, das war echt geil, das war echt geil, der Kill. Trotzdem wusste ich nicht, dass du so komische Türen hast. Ja, ich weiß. Weißt du überhaupt, wie das bei mir aussieht? Ja, ich weiß. Wie denn? Ja, die einen sind außen, die einen sind außen. Wir haben dasselbe Texture Pack gerade drin. Ähm, nee. Die linke Tür ist normal zu, die rechte Tür ist unten zu, oben auf. Lol. Deswegen hab ich erst gedacht, ist die Tür jetzt auf, ist sie zu, ist sie auf, ist sie zu. Aber sie ist auf. Wir brauchen nochmal zwei Türen. Kannst du nochmal Türen craften? Ja, Moment. Hast du noch Fackeln? Ein, dreißig noch. Ja, dann können wir hier im Turm nochmal ein paar anbringen. Weil hier im Turm ist auch noch eine hohe Spawnrate. Aber alles. Erstmal scheiße ich jetzt zwei Türen zusammen. Dann mal vier. Oh, jau, 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 jau. Hier kommen nämlich ganz viele Zombies runter. Passiert. Oh, jau, jetzt hab ich kein Schwert mehr. Jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Ja, ich bin tot. Ach, zwei Türen? Ich wusste gar nicht, dass es das Ding dreier Türen gibt. Ja, wir haben aber noch eine Tür. Jetzt hab ich... Dann weiß ich auch nicht, seit wann er das macht. Naja. Eine Tür kann ich zurücklassen. Wobei, zwei Türen... Oh, ja, klar, ja, klar. Lauf runter, du Sau. Lauf runter, du Sau. Ich sollte zwei Türen machen? Ja. Du hast jetzt vier Türen, ich weiß. Ich hab zwei jetzt nur mit, ne? Jaja, das reicht aber. Für unten einmal und für oben einmal. Dass wir die Türensicherheit haben wenigstens. Genau. Eijau, eijau. Ich pack einen an die Seite, weil ich die wieder in die Kiste packen soll, ne? Und ich nehm die eine mit und pack die zwei in die Kiste. Eijau, 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 jau, 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 jau Scheiße, hat jemand ne Piggy mit? Dennis, das ne Piggy? Der, nehm ich mit Oh, da flog ein Creeper runter Oh, da flog ein Creeper runter Oh, zwei Endermans Zwei Endermans Aber ich hab nur einen Scheiß Nein, kenne ich nicht Den haben sie gegen den Kopf geschossen jetzt Dann farm ich weiter Enderperle, Enderperle Oh, geh drauf Zwei Endermans gegen mich Und mich hat keiner angegriffen Gehst du mal weg Warte, ich geh vor, ich hab die Waffe Sag du mir einfach, wo ich setzen soll Ja, einfach überall irgendwo hinsetzen Wo es dunkel ist Also dunkler wie sonst Wenn du alle zwei Treppen einsetzt Ist mir auch Latte Ah, jau Ich farm grad neues Cobblestone Weil wir nix mehr haben Ja, ist auch gut Ist auch innovativ Aber die Mobfarm, die lohnt sich schon richtig Zwei Eins Zwei Eins Zwei Eins Zwei Eins Zwei 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 Sieht aber eigentlich finde ich schon recht nice aus, was wir bisher gemacht haben Zwei Eins Ja, je höher, desto kälter, ne? Ja So, da oben ist jetzt alles gecleared Äh, okay, vielleicht hätte ich doch jetzt Cobblen mitnehmen sollen, weil die Tür kann man ja nicht einfach so hinbauen, ne? Ne Michelle, wir haben kein Cobblen mehr Ich muss erstmal neues Farm Aber die Farm lohnt sich richtig, ey Problem ist nur, wir bräuchten Sand Äh, da hast du Sand Liebe Leute Gebt uns ein, äh, Zoll, was wir geben sollen, damit wir uns Sand machen können Äh, wobei, dann machen wir ja einfach Blöcke kaputt, ist doch kackegal Wofür, was dürfen wir uns, äh, geben für, ähm, ein Stack Aber machen wir es anders Dürfen wir uns für ein Stack Schießpulver Dürfen wir uns dann, ähm, einmal Eisen geben Schreibt uns in die Kommentare, wenn wir es dürfen Wir wollen es natürlich ein bisschen, äh, 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 ja, ein bisschen spannender machen Vielleicht würde ich sogar sagen, machen wir dann sogar hier aus dieser Runde heraus, ja Hierher Wenn es Äh, gucken wir dann mal, dass wir vielleicht irgendwo eine Welt, äh, ob wir hier irgendwo Eine Border finden Und dann würde ich sagen, machen wir sogar den Ender Dragon Oder wir machen hier den Wither Das wäre auch geil Hier auf der, äh, Insel den Wither machen Ist bekloppt Wieso? Mob Griefing ist aus Darum geht's hier nicht Wieso bekloppt? Einfach so Mob Griefing ist aus So, ich hab schon 44 Steinziegel, das ist schon mal super So, die Ender Perlen Wer hat denn eine Ender Perle Aufgabe? Ja, da hast du jetzt schon mal drei Stück Äh, Joanne, du hast es schon fertig, ne? Wie viele, äh, Stufen brauchst du? Äh, ich kann nichts sehen, hier ist alles dunkel Äh, es ist hell Achso, äh, nein, äh, äh, am Raum Aber ich glaub, das waren nur 20 Dann pack ich die mal weg Ja, ich hätt die aber gerne selber gemacht Hast du doch, hast du doch Die hast du doch schon gemacht, die Bruchsteinstufen Ja, Bruchsteinplatten Warte, heißen die Bruchsteinplatten oder Steinplatten? Was steht denn da? Bruchsteinstufen sind das Welche, welche, welche Aufgabe war das? Ich rate 17 Äh, 17 ist, machen Sie Pilzeinsätze 15, 17, dann bist du selber Das war Stelle 20 Bruchsteinplatten her Das war Aufgabe 50 50? Ja, Craften, ihr Da steht aber, Craften Sie Wir müssen auf derselben Seite sein Weil wir haben unterschiedliche Sachen Bei mir steht bei 50 Craften Sie 20 Cobblestone Treppen Ich bin überhaupt nicht Auf der Internetseite Du hattest mir die Sachen gesagt Und ich hab sie so aufgeschrieben Nee Ich hab mir nix aus der Seite abgeguckt Äh, drüber trage man Wann Wann haben wir das Letztes Mal aufgenommen? Keine Ahnung Gut, es ist jetzt aber auch länger her Und eigentlich ist auch schon vorbei Äh, dann würde ich sagen Danke, ich fürs Zuschauen Meine lieben Freunde Wir sehen uns dann wieder bei In einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Ähm, Skyblock Wir haben jetzt hier die Super Farm Haben wir jetzt fertig Jetzt hoffen wir einfach mal Dass da auch Tiere spawnen Wenn da schon ein Huhn gespawnt ist Tippe ich mir einfach Dass da noch mehr spawnen Ich werde jetzt aber Tippe jetzt immer mehr Dass die da oben spawnen Ähm, aber wenn wir natürlich Alle weg sind Dann kann natürlich auch hier Eigentlich einige spawnen Und ja Eigentlich bleibt da nichts mehr Wie viel hinzuzuzufügen Wir haben jetzt schon Haben es jetzt schon So gut wie geschafft Wisst ihr wobei? Wir warten noch kurz Ich brauche Dann lasse hier noch Die restlichen vier zu Ende Wie gesagt Ihr könnt uns mal Ein paar Sachen reinschreiben Was wir uns entschieden können Was wir sonst eigentlich Nicht kriegen Wie zum Beispiel Diamanten Ähm Gold Ähm Voll die Wärme beim Schiff Wir machen was anders Wir wollen nicht Wir wollen kein Eisen Wir wollen Äh Was kriegen wir für Schießpulver? Gold oder Eisen? Sagt wie viel Und dann könnte auch noch Was anderes sagen Wofür Also wir wären froh Wenn ihr uns zwei Sachen sagt Wie wir Ähm Gold oder Gold und Eisen kriegen Das wäre froh Also mit Schießpulver Könnt man was sagen Oder sogar mit Knochen Das wäre auch was Oder Spinnenaugen Das würde auch gehen Also definitiv Irgendwie solche Mopsachen Aber am besten Wäre nicht Wenn ihr jetzt sagt Äh Ja hier Äh Fleisch ist ja schon Ja Also hier Ähm Zombiefleisch Ähm Dass ihr dann sagt Wir nehmen am besten Äh Von den Spinnen Die Spinnenaugen Und von den Creepern Die Sachen Und wenn wir dann Zwei Stacks Äh Knochen abgeben Gibt es dann sogar Ein Diamant Äh Wie gesagt Schreibt uns was Zu den Kommentaren Wie ihr das Was ihr davon haltet Ja und dann würde ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen Wir sehen uns bei einer neuen Folge Und zwar morgen Würde ich sagen Haut da rein Und bis dahin Freunde Ciao Tschüss Ja bis dahin Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.